Hallo und willkommen zu Tag 22 vom Nanowremo. Ich habe seit gestern 1300 Worte geschrieben, also weniger als ich wollte und muss heute gleich noch weiter schreiben. Aber ich bin echt ein bisschen gestresst und gerade ist das Video, ich habe das gemacht und dann ging es doch nicht mehr. Also bei mir kommt jetzt langsam die Panik. Heute möchte ich aber über ein kleines Thema sprechen und zwar über Zahlen und zwar über eine Zahl im Speziellen, nämlich die 3 und die Dreierregel. Und zwar ist die Zahl 3 eine besondere Zahl, die ihr bestimmt schon alle häufig bemerkt habt und zwar in allen möglichen Texten und Kontexten auch. Also zum Beispiel kennt ihr aus den Märchen, da gibt es dann die drei Brüder, da gibt es die drei Schwestern, da gibt es die drei Wünsche, da gibt es die drei Aufgaben, es sind immer drei. Dann kennen wir das zum Beispiel auch so aus dem spirituellen Kontext, also es gibt die Dreieinigkeit, Vater, Mutter, Sohn, also es gibt in diesem Kontext gibt es die drei, das ist oft so eine Art heilige Zahl auch in verschiedenen Kulturen. Also es gibt auch die sieben, es gibt natürlich noch andere Zahlen, aber wir wollen das auf die drei beschränken. Aber sie hat gerade bei der Kommunikation hat die drei eigentlich eine ganz interessante Funktion und zwar scheinbar reicht es für unser Gehirn oder unsere Auffassung, dass wir, wenn wir zwei Beispiele von einem Thema haben oder von einem Umstand haben, dass wir dann direkt eine Regelableitung und wenn dann diese dritte Instanz, die dann eintritt, anders ist und diese Regel durchbricht, fällt uns das auf und wir finden das auch lustig. Darauf basieren zum Beispiel viele Witze und das ist so ein Mittel, das sehr viele Comedians einsetzen. Das funktioniert dann häufig in der Art, dass es gleich gleich anders ist. Also die ersten beiden sind gleich gleich oder ähnlich. Zum Beispiel aus den Märchen kennt ihr das, da sind meistens ja zwei Schwestern sich ähnlich und der dritte, die dritte Schwester ist dann anders, so Aschenbrödel zum Beispiel. Aber auch typisch bei den Brüdern, da ist dann immer der eine ist ganz anders und geht auch die Lösung ganz anders an. Das kennen wir auch aus den Witzen. Es gibt ja diese klassischen Witze der Franzose, der Deutsche und der Italiener machen eine Reise und dann geht das so weiter und dann ist es da auch so, dass normalerweise die ersten beiden auf bestimmte Art und Weise ein Problem lösen. Der dritte löst das dann auf ganz andere Weise und das empfinden wir als lustig. Ich könnte euch überlegen, wie ihr das selbst einsetzen wollt. Interessant ist auch, dass es gibt eben nicht die Viererregel. Wir brauchen nicht drei Instanzen, um so eine Regel für uns glaubwürdig, dass eine Regel für uns glaubwürdig ist. Das kann dann sogar teilweise langweilig sein. Wenn dann der Franzose macht das zuerst, der Deutsche, der Italiener und das geht dann immer so weiter, dann ist es irgendwann langweilig. Also ein Beispiel für eine Dreierregel wäre dann zum Beispiel, Erliebte, Rotwein, klassische Musik und Frauen auf bestialische Weise zu ermorden. Da haben wir so mit den ersten beiden eine bestimmte Erwartungshaltung angelegt und im dritten Beispiel ist die durchbrochen. Schöner ist das, das war jetzt nicht ganz, ganz symmetrisch vom Satzbau her, umso gleicher das ist dann vom Satzbau, umso schöner ist das. Anderes Beispiel. Das ist von so einer Comedian Laura Keitlinger. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als nach einer durchgesoffenen Nacht neben einem Kerl aufzuwachen und ich weiß weder seinen Namen, ich weiß nicht, wie wir uns getroffen haben und ich weiß nicht, warum er tot ist. Wieder versteht man, ne? Also die ersten, das ist so eine klassische Art, auf die ein Witz aufgebaut ist, aber ehrlich gesagt auch das, das Original ist in Englisch, sieht man an meiner Übersetzung gerade, die ja so ein bisschen simultan war, da es schöner ist und das besser funktioniert, wenn es wirklich ganz identisch von der Struktur ist und dann buff, das dritte ist aber irgendwie so ganz schräg. Die drei magische Zahlen, vielleicht könnt ihr das ja irgendwie einsetzen oder je nachdem, was für ein Genre ihr schreibt, eine wirklich erfolgreiche Regel, um Witze zu schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und frohes Schreiben und ich muss jetzt ganz schnell weitermachen. Tschüss!